Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist der Dienstag, der 8. Mai 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 368 und ich habe heute euch die folgenden Themen mitgebracht. Facebook F8, WhatsApp Update, Windows Store, 95% Microsoft und DJI Timeline, Google I.O., Schweizer Cloud und Swisscom Einblick. Wie ihr mitbekommen habt, sicherlich einiges an Microsoft-Themen, aber das logisch, denn heute Abend hat ja die Microsoft-Bild begonnen. Doch bevor ich auf die Bild zurückkomme, geht es noch ganz kurz mal zurück zu Facebook, denn letzte Woche war ja die F8, also die Entwicklermesse von Facebook selber und da gab es natürlich einiges an Neuigkeiten. Und auf allfacebook.de findet ihr eine sehr gute Zusammenfassung in Kurzform mit Weiterverlinkungen zu ausführlichen Artikeln zu den einzelnen Neuerungen, die rund um das ganze Ding, also um die ganze, um den ganzen Kongress herum entstanden sind. Das nachzulesen auf daily.geektalk.ch, wie immer mit Link bei uns in den Show Notes drehen. Ganz kurz möchte ich auch noch auf ein WhatsApp-Update eingehen. Das kam in der Nacht zu gestern online und ihr könnt das jetzt runterladen. Ihr habt neue Gruppenadmin-Features, die sehr nützlich sind, sowie eine Bild-in-Bild-Funktion für Videos, sei es für Instagram, aber auch Facebook-Videos und natürlich logischerweise auch für die ganzen YouTube-Videos, die ihr da so reinentwickelt. Aber jetzt gehen wir über zu Microsoft. Und wie immer gibt es um solche Kongresse, um solche Events herum, um solche Entwicklermessen herum, auch negative Stimmen. Und eine solche kam jetzt von einem Entwickler, der gesagt hat, dass der Windows-Store kaum genutzt wird. Niemand nutzt den Windows-Store, es ist eine Katastrophe. Somit wird damit auch kein Geld gemacht. Zumindest eben dieser Entwickler, Stefan. Ich lese den Namen jetzt nicht vor, Stefanie Graziano. Doch, es ging einigermassen, glaube ich, von WebRocks. Und ja, anscheinend geht es nicht nur ihm so. Und ja, Microsoft hat darauf auch reagiert. Und gestern Abend angekündigt, dass in Zukunft Entwickler nicht wie früher und wie bei Apple und bei Google üblich 70-30, also 70% an den Geldern, was reinkommt für die App, an sie geht, sondern neu gehen 95% an die Entwickler und nur noch 5% an Microsoft. Das kann man natürlich auch an so einem kleinen, verzweifelten Schritt anziehen. Aber auf jeden Fall, denke ich, ist das der richtige Weg. Und ich hoffe für Microsoft für Windows 10 und die zukünftigen Plattformen, die da so noch rumschwirren, dass sie da den Rang kriegen und auch jetzt mehr Apps in den Store bekommen und vor allem auch, dass die Kunden darüber Apps laden. Denn weshalb geht ihr noch im Internet mühsam Apps suchen, wenn es doch so einen schönen und praktischen Store gibt? Gut, man könnte da noch seine oder andere optimieren, aber es ist schon mal ein Ansatz und man erwerkelt da ja auch immer wieder fleissig dran. Auch hat Microsoft zum gestrigen Abend an der ersten Keynote eine neue Kooperation vorgestellt. Es ist keine Exklusiv-Partnerschaft, aber dennoch für beide Seiten sehr, sehr wichtig. Also DJI und Microsoft Azure sind eine Partnerschaft eingegangen, wobei eben DJI auf die Cloud von Microsoft setzen kann. Außerdem bringt DJI jetzt auch eine SDK raus für Windows 10, womit dann nachher wieder Apps generiert werden können, um eine DJI-Drohne im Griff zu haben, zu steuern etc. Also somit da hätten wir schon mal die erste App, die dann kommen wird und vielleicht noch die eine oder andere mehr. Es gibt eine Timeline. Wie in jeder grossen Bude und auch kleineren Buden gibt es eine sogenannte Timeline, die man zum Beispiel intern pflegt, aber teilweise auch nach außen pflegt, mit neuen Features, die man rausbringen möchte. So auch bei Microsoft für den Edge-Browser und das drumherum. Für den Bereich Android gibt es ein bisschen mehr, zum Beispiel Zugang zu der Timeline und so weiter. Beim iPhone durch das restriktive System, was iOS da bietet, natürlich ein bisschen weniger Features, aber wann und wie die kommen, das könnt ihr nachlesen in einem verlinkten Beitrag bei uns. Gehen wir weiter zu Google, denn ab heute ist es soweit, beginnt auch die Google I.O., die immer in den letzten Jahren leider parallel zu der Microsoft-Konferenz und auch dieses Jahr hat man es sich nicht nehmen lassen, mit einer News vorab ein bisschen Microsoft den Wind rauszunehmen oder zumindest hat man es versucht, auf der einen oder anderen Plattform ist das definitiv auch gelungen. Google hat nämlich Android Things 1.0 vorgestellt, das ist ein Android-Betriebssystem, speziell abgestimmt für IoT-Produkte, also Produkte, die auf Kühlschränken, auf Staubsaugen, auf was auch immer, also alles, was intelligent werden soll und vernetzt werden soll, vor allem laufen soll. Da möchte auch Google wieder eine Vorreiterrolle oder nicht eine Vorreiterrolle, zumindest eine führende Rolle einnehmen. Microsoft hat ja vor kurzem auch ein eigenes Betriebssystem, man höre und staune, auf Linux-Basis vorgestellt und da möchte man natürlich den Ganzen ein bisschen vorab wegnehmen. Ich bin sehr gespannt. Morgen, besser gesagt heute, werden auch einige Produkte anscheinend vorgestellt, die schon auf diesem System laufen werden. Wir dürfen gespannt sein und bleiben auch gleich bei Google, denn da gab es News, und zwar eher vielleicht regionale News. Das 20. Cloud-Data-Center für die Google wurde errichtet weltweit. In Europa ist es das 6. Und der Stand dieses Cloud-Zentrums wird Zürich sein. Das Ganze ist noch nicht fertig, wird ab Mitte 2019 soweit sein. Eigentlich in Europa, wie gesagt, 6 Stück. Niederlanden, Großbritannien, Belgien, Finnland, Deutschland. Und Finnland ist noch im Aufbau. Und wie gesagt, ab 2019, Mitte 2019, wird auch die Schweiz ein eigenes Cloud von Google haben, wo sich dann regionale Anbieter, regionale Entwickler eine direkte Anbindung an schnellen Server und vor allem lokalen Server haben. Und das ist natürlich nicht ohne. Die Daten, Vorratsdatenspeicher ist ja in der Schweiz auch so ein Ding. Wir haben ja leider abgestimmt, dass wir sowas möchten. Oder eben auch nicht. Aber auf jeden Fall kann man oder sollte man eigentlich eben Daten bestellen können, Vorratsdaten bestellen können. Mittlerweile ist es dem Anwalt Martin Steiger, einem bekannten Internetanwalt hier in der Schweiz, gelungen, die Daten von seinem Provider, in dem Fall Swisscom, anzufordern und die auch zu bekommen. Das Ganze kam auf einer CD-ROM und hatte zehntausende Einträge. Einträge im Sinn von, welche Webseiten er ansurft, welche Apps er benutzt hat, mit wem er und wann und wie lange kommuniziert, wie lange er im Internet eingeloggt ist, E-Mail-Adressen, die er verschickt hat, etc. Und ja, natürlich Location-Daten, wo er so war und so weiter. Sehr, sehr spannend und interessant, dass die Swisscom jetzt eben so rausgibt. Bis jetzt hat man sich immer ein bisschen gedruckst, was das anbelangt. Wer das auch machen möchte, bei uns verlinkt, ist ein Beitrag, in dem er einen Musterbrief ausgelegt hat, wo ihr das Ganze selber anfördern könnt. Ich überlege mir das auch zu tun und bin gespannt, wie viele Einträge auf meiner Datenbank da mit drin sind. Ja, das waren es die News, die ich heute für euch bereit hatte. Es freut mich, dass ihr wieder reingehört habt. Macht euch einen erfolgreichen und vor allem schönen Tag. Geniesst das Wetter. Ich glaube, heute wird es auch wieder so schön und vor allem heiss. Ich hoffe nicht ganz, aber ja, mal schauen. Euch einen erfolgreichen Tag und bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.